Jesus hat euch gerufen, und im Grunde werdet ihr dann wach sein, dass die Liebe sowas heilt, nie mit Freiheit zu leibern. Deine Gedanken sind gut, der volle Dank wird kommen, Vernunft plant Vernunft, der Heuland ist offen, die andere Seite, anders Lob, noch der Sinn. Hier fandest du den Weg, der reicht dir bis ins Heim. Wir bekommen wieder unser eigenes Pelz, und das wäre eine Arbeit für Gott. Dann übt sich der Grundsatz, wir können auch im Geiste. Das bleibt in der Sonne, bleibt die Lösung reißen. Jesus hat euch gerufen, und das ist ein Geist, der hoflau. Untertitelung des ZDF, 2020